Was alles drückt Ihre Stimme aus, wenn Sie sprechen? Hallo, mein Name ist Arno Fischbacher, ich bin Wirtschaftsstimmcoach und Autor des Buches Voice Sales, die Macht der Stimme im Business. Heute auf meiner Fahrt nach Passau habe ich die österreichisch-deutsche Grenze passiert. Stau mit vielen LKWs, klar, die Grenze wird kontrolliert. Und Menschen aus Ländern, in denen Krieg herrscht, sind unterwegs und suchen Asyl in Deutschland und in Österreich. Und kurze Zeit danach habe ich ein interessantes Gespräch geführt mit einer Führungskraft, mit einem Pressekoordinator einer großen Hilfsorganisation. Und ich habe mir dabei die Frage gestellt, welche Rolle spielt eigentlich der Ausdruck der Stimme, wenn es um diese heute so heiß diskutierte Thematik der Flüchtlinge, der Refugees geht. Nun, auf der einen Seite, wie empfangen Sie, wie empfangen wir Menschen mit unserer Stimme? Ist diese Stimme abweisend und neutral oder schwingt in unserer Stimme eine Spur Menschlichkeit mit, die andere anspricht und Türen öffnet, Wege öffnet, die Bereitschaft erkennen lässt, auf jemanden anderen menschlich zuzugehen? Aber ist da nicht noch ein anderer Aspekt? Ja, den gibt es. Im Rahmen dieser Hilfsorganisation ist es immer wieder wichtig, klare Worte zu sprechen. Auch mal zu sagen, du bitte tu jetzt dieses. Und diese Kleidung bitte dort auf diesen Stapel. Welcher Aspekt der Stimme ist es, der hier gewünscht ist? Es ist die Klarheit, der Standpunkt, der aus der Stimme klingt. Also Ihre klare Aussage, die mittels Ihrer Stimme zum Ausdruck kommt. Wie immer Sie Ihre Stimme heute oder morgen gerne einsetzen wollen, ich wünsche Ihnen dafür jedenfalls heute schon viel Erfolg, gutes Gelingen. Stimme hat Macht, Voice Service. Nützen Sie sie.